Die Lötlampe an der Warburger Straße ist die einzige und einzigartige Bierkneipe im Südstadtquartier von Paderborn. Mein Name ist Hendrik Ernst. Ich bin Geschäftsführer der Speisegaststätte Lötlampe. Es ist ein seit 1956 bestehendes Stück Paderborner Kultur hier im Südstadtquartier. Neben hausgemachten Burgern und diversen Bieren am Hahn bieten wir ein breites Spektrum an Barthainment an. Zum Beispiel Kneipenquiz, literarische Vorführungen, Kunstausstellungen oder auch Livemusik. Seit mittlerweile fünf Jahren wohne ich in der Südstadt. Die Lötlampe als einzig übrig gebliebene Kneipe in der Südstadt ist die Hauptattraktion, was das Paderborner Kneipenleben in der Südstadt angeht. Südstadt ist schön, Lötlampe ist schön und die Menschen in der Lötlampe sind sowieso am Allerschönen. Hier in der Lötlampe, da fühle ich mich wohl. Die wohnen sogar hier in dem Haus, lebt da frisches Bier. Hier fühle ich mich wohl. Hier treffe ich immer eine Töne. Eine Vielzahl von Studenten und Stammgästen treffen sich hier von Montags bis Samstags. Die Speisekarte präsentiert unter anderem frisch handgefertigte Hamburger. Das regelmäßige Fest der Spachfachlehrung ist immer ein Highlight in der Lötlampe. Das regelmäßige Fest der Spachfachlehrung ist immer ein Highlight in der Lötlampe. Der Spachfachlehrung ist immer ein Highlight in der Lötlampe. Untertitelung des ZDF, 2020